Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge TTT in Minecraft auf Gomme. Ja, gehen wir mal wieder vom schönen Baum runter und in eine TTT-Runde rein. Wir sind ja schon in der Party. Ja, richtig. Ja, guck ich gerade mal, wenn ich reinkomme. Bist du auch drin? Sag, wenn du rausgekickt wirst. Ich bin drin. Ich werde rausgekickt in 5, 4, 3, 2, 1,5. Ja, ich habe leider keinen Traitorpass. Egal, ich hoffe, dass ich Traitor bin, weil es am meisten Spaß macht, weil Innocent ziemlich langweilig ist. Da muss man sich eigentlich nur die ganze Karte verstecken, oder? Ja, wirklich. Ich weiß, Innocent laufe hier aber rum, guck, wer mich angreifen, dann probiere ich schon zu tun. Wir sind gerade zum ersten Mal. Simon, guck mal. Ich habe deinen Jumpman zum abkürzen genommen. Mann. Guck mal, Simon, jetzt kannst du es genauso machen. Pass auf, jetzt der Blut. Kann ich? Ja, Romano. So, ähm, ja, dauert jetzt noch 20 Sekunden. Ich denke, bis dahin mache ich mal einen Cut. So, wir sind die Bombe, der Baum. Komm, wir schaffen das. Gut, ähm, erstmal ein bisschen Items holen. Wollen wir uns sagen, wer der, wer, wer der andere ist? Ich bin hier erstmal oben bei dem Eisenschwert, okay. Ähm, warte, wo, wo sieht man was mehr ist? Das wird dem einen dann angezeigt. Okay, gut. Also, sie ist erstmal das Eisenschwert. Nice. Ich habe keinen Karma. Ich habe keinen Karma. Karma, ja, das habe ich auch erst mal verarscht. Ich habe noch nie gespielt. Wieso habe ich denn noch keinen Karma? Oh Gott. Alle probieren das scheiß Eisenschwert zu bekommen. Und ich habe es natürlich nicht. Super, ich bin Traitor. Und du? Bist du... Ich weiß nicht, was ich bin. Ah, ich auch. Ich werde direkt getötet. Gut, dann... Ich werde von jemandem getötet, von zwei Leuten, wo ich getötet. Toll. Ja, super. Da kann man nichts machen. Ich weiß, das kenne ich. Und woher wusste ich, dass ich Traitor bin? Ich glaube nicht, dass sie es wirklich wussten. Ich habe nur ein Holzschwert. Das ist ziemlich scheiße. Ich habe nur ein Holzschwert. Das ist ziemlich scheiße. Das ist ja so dumm. Das ist so dumm. Oh Mann, ich hoffe. Dann zu zweit habe ich ihn Sandwich genommen und getötet, man. Blöde Sandwich, Leute. Oh, da läuft die zu 20 rum. Oh Gott, ja, ich sehe es. Hier überall laufen diese Typen rum und töten einfach jeden, den sie sehen eigentlich. Oh, mit dem... Der Typ hat das Eisenschwert. Okay, getötet. Nice. Stimm hier in die Leiche rein. Jetzt hast du ein Problem, ne? Komm, bitte. Die feindt doch diese Leiche da. Guck dir, Junge. Als ob die das nicht gemerkt haben, dass du kein Traitor bist. Du kannst die Chris nicht an, weil du den Bogen... Du musst den Bogen... So. Oh Gott. Du bist down. Ja, wie soll ich es machen? Halbseherz. Oh Gott, was für eine Scheißrunde. Okay, dann sind wir schon wieder... Du kannst mal die Geschwürden von Spielen, ist verboten. Ja, ich weiß. Weil du werden nicht verboten. Aber wir machen es trotzdem. Ja, report den mal. Ich glaube, das kann man mal nicht unter... Flash Report... Ja. Du Hacking reporten möchtest, kann man da noch was anderes reporten? Oh Gott. Ja, wahrscheinlich. Hä? 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 Ja, wir haben gerade alle hier Jobmanns, die sich überall verzweifeln. Deswegen checken wir immer in den Mindest Jobmann von anderen Nutzen. Wir zeigen Ihnen reporten. Ich bin auch bravig. Ich bin auch bravig. Auch bei die Tor Timolia finde ich so viele Leute in die Schatten. Lüge das drauf machen. So, ein bisschen Glück kann ich mich auf den Match schicken. Aber das wurde ja letztens eigentlich gefixt. Also, ich denke, geht das nicht. Okay, dann... Echt, wo das gefext? Ja, das sind jetzt Barrieren scheiße. Also, liebe Gomez Team. Bitte, mach das wieder das mal ab. Oh, das ist der MapCon. Okay, gut. Es ist schlau, direkt schwer in die Hand zu nehmen oder einfach immer so ohne Ruhe. Ich hab's immer in der Hand. Wenn ich angerufen werde, hab ich kein Problem damit. Ähm, das ist nur ein Kessel da, ne? Lol, lol. Wie nice ist das denn? Ist das? Kann ich mich hier einfach so drin verstecken und man sieht nur ganz wenige Pixel für meinen Kopf oder mich gar nicht? So bist du. Das wär nice. Da ist ein Kessel und ne Falltür. Oh! Nice, man! Nein! Der Wichser darf's nicht bekommen! Ich will das bekommen! Mann! Ich kann die Kessel nicht öffnen, verstanden! Was ist? Der ist alles ein Schwert bekommen. Dafür ist er mein Team. Sagen wir so. Willst du mir sagen, wer du bist oder lieber nicht? Lieber nicht, ne? Ich frage, was du bist, ne? Ja, diese Runde lieber nicht. Okay. Wir sagen uns, diese Runde mal lieber nicht. Wieso kann ich denn die Kiste die ganze Zeit nicht öffnen? Ja, weil du schon das alles hast. Hä, wie die anfasst? Hä, du hast die Kiste geöffnet? Ja, du hast schon alles. Das heißt, du hast jetzt einen Steinschwert und einen Bogen mit 32 Fallen. Und so haben wir auch schon das Nächste. Den würde ich jetzt gleich mal töten hier. Wie interessant doch die hier auch. Okay, nein, Alter. Wenn das kein Traitor war, hab ich gearscht. Ja, aber ich denke nicht. Und? Nein! Nein! Es war ein Innocent, ja. Busch! Ich hasse es. Du weißt ja jetzt, dass du Innocent bist, ne? Ja, das stimmt. Aber wo bist du denn? Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Hä? Dein Skin einfach war grad komplett schwarz. Ich bin... Ja, toll. Jetzt greife ich zwei Leute mal auf einmal an. Bin auch. Bin auch. Innocent. Ja, dann muss ich jetzt in Acht nehmen, weil noch ein anderer übrig ist. Und es ist noch ein anderer? Hä? Warte mal, wenn nur noch ein anderer drin ist, dann kann ich sie so töten. Ja, Triboculum. Dann haben wir gewonnen, ne? Ja. Ha! Pass auf! 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 Scheiße! Mist! Okay. Mal sehen! Mal sehen! Oh, der hat einfach einen Angela Merkel ähm... Skin! Der Typ! Der Typ! Und zwar richtig gute Auflösung. Der Typ ist dann genau der! Pff! da ein bisschen die Masse ist der Traur zu spielen mit dem Schatten nach dem guten Tag nicht das ist so schönes Spiel und wenn ich das bekomme ich glaube ich hier auf Dach aus Arten ich habe es nicht stark ist er hat weiß er ist in der Barriere Ich muss mal kurz den einen Felgen, den ich immer gekriegt wurde, aus der Runde wegmachen. Einfach lösen. Oh, Desert, Desert Eagle. Den da ist wirklich leer. Alter, I, das ist ja ein richtiger Drecksmap. Ist mir ja voll auf. Lois, erstmal hier Eisenschwert. Was? Ja, das kriegt man erst, wenn die Runde begonnen hat, öffnen. Die Truhe. Bitte, ja 20 Sekunden. Okay, jetzt halte ich durch. Jetzt halte ich durch, komm, bitte. Bitte, jetzt habe ich einmal die Chance, ein Eisenschwert zu bekommen. Da rechts seht ihr übrigens, am Scoreboard, noch fünf Sekunden. Was kann das? Drei, zwei, eins, und Eisenschwert. Nice. Oh nein, ich hasse es. Oh, ich hasse es auch. Ich bin Detektiv. Ich auch. All egal. Ja, wie nice. Okay, ich habe leider keinen Bogen, also hol ich mir noch einen. Ich soll aber einen Bogen haben. Ich kann dir einen geben. Ja, warte. Ich habe zwei, ich weiß nicht, wie du bist. Ich habe so Angst bei den ganzen Menschen. Ja. Ich fühle mich nicht sicher. Ich habe einen Jungle Sapling. Kann man hier anpflanzen? Hä, du hast einen Jungle Sapling? Was? Wohne Spaß. Wo bist denn du? Lass mich in der Mitte der Map treffen. Bin in der Mitte. An einem Baum im Wasser. Der Typ hat einen Eisenschwert und warum geht mich zu Raven, glaube ich. Oh, ich werde versuchen, ihn zu töten, abzulenken. Oh, der Bogen schmalt hier übelst langsam. Ja! Der Typ! Der Töte andere. Pass auf, ich gehe vor, ich habe einen Eisenschwert. Nice! Erste Augen. Ah! Okay. Ich habe zwei Jungle Saplings. Okay, ich habe sogar ein Buch über den bekommen. Das kann ich ja sagen. Okay. Ja. Interessant. Was die Töte immer alle waren. Was ist mit dem los? Sie sieht aus wie ein Zombie. Ja, das ist eine Leiche. Die andere Leiche konnte man nicht... Nein, ich habe einen Bogen gefunden, der mir nichts bringt. Also droppe ich ihn. Wieso bringt der? LOL! Kann man hier sterben? Man kann hier reinfallen und nie mehr rauskommen, glaube ich, oder? Oh, hier ist gefährlich. Was ist mit diesem Detektiv... Ah, Identifiziere. Ach, da hinten ist der... Haben wir schon gewonnen? Nein. Warte. Okay, da hinten ist der Tester. Dann müssen die reingehen. Hä, wieso nehmen wir nicht einfach den Stock und schlagen? Oder machen wir rechts damit? Oh, der ist... Der ist böse. Meinst du? Der will Frieden. Oh, guck mal, aber er droppt sein Schwert. Der Typ geht in den Tester, oder? Ich töte ihn, glaube ich. Der läuft die ganze Zeit hinter mir her. Ja, ja, ich weiß. Das ist... Er probiert dich zu schlagen. Der probiert dich zu töten! Schnell! Okay, pass auf! Hier ist der andere! Nein! Das sind beide... Scheiße, die sind beide Traitor. Okay. Nein! Es liegt alles an dir! Du bist der Letzte mit den... Das hätten wir früher... Achtung! Die werfen irgendwas auf mich! Die werfen irgendeine Kugel auf mich! Ja, jetzt... Ähm... Du musst wieder Bogenschießen! Ich habe einen Herbst, Mann! Ja! Das war scheiße, diese Runde! Was?! Ja, gut! Ähm... Es fällt deine Leiche! Ja! Was für ein Fail! Jetzt hat er den Tropenbogen gesetzt, in den du durch den Bug bekommen hast! Zwei sogar! Ich hatte erst einen Regen! Noch einen! Hä? Hä? Was ist denn das? Das ist ein Fehler an der Web, oder? Darum habe ich gesehen, haben sich Peter zersetzt! Top! Also dann! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Like! Abonnieren! Alles was ihr wollt! Am besten nach euch 100 Bot-Accounts und abonniert uns! Okay! Das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben vielleicht! Aber... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Und so! Können wir unsere krassige Community aufbauen! Irgendwann! Ich sag's euch! Nicht alle reich sein! Wege uns! Okay! Haben wir jetzt bestimmt alle verstanden! Wir werden jetzt alles liken und alle abonnieren! Locker! Also auf jeden Fall! Das war's mit dieser Runde! Und ich denke ich werde es auch bald wieder aufnehmen! Weil es ist richtig feier! Dieses Spiel! Und ja! Bis zum nächsten Mal! Ciao!